also ich bin jetzt ehrlich hätte jetzt hier die gera irgendwo geschätzt mich ehrlich ich höre mal auf mein bauchgefühl ja moin ja moin der absolute profi alter guck mal alter was autobahn abfahrt und hier ist es direkt also hier und ich hab hier getippt also wir gehen die kostet 2.000 dollar ich glaube ich mache doch keine prüfung ich glaube ich war doch lieber schwarze im roller lackierung eine andere ich check den wer ja internet war mal wieder kurz weg alles gut ich würde einfach sagen und dann ja so ist mir scheißegal wenn ich das hier brauche ist das creepy zieht ihr gerade auch das gesicht an dem auto alter ist das ekelhaft ich habe grad voll erschrocken ich will so ich will so zusagen dass das standard gta auto bruder muss los das sieht aus wie minecraft so ein eisengolem oder sowas alter also ein copster wir könnten wir könnten ihn ausrauben ja leute internet machen wir wieder weg ich glaube mich schallert sie gleich viel auf dem server raus ja ich kann leider nichts machen ich brauche mal schnell bucket b und finde ich kein ob mein brot ist auch noch da alter dieses brot ist einfach legende ich lass das hier ich lass das ding hier die milch ist die ich wollte ist leider nicht die milch dabei du blödstück scheiße warum mobbe ich die immer ich weiß es nicht die dorfen wurden immer gemobbt von mir ich mach zwei und dann verpisse ich mich ich höre schon kopf irgendwo schau 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 der kommissal geht um oh 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 hehehehehehehehehehehehehe boah alter ich hab 9.450 dollar für den raub bekommen neen so viel hab ich den ganzen so viel hab ich den ganzen stream letztes mal nicht verdient Guck mal, der ist ein bisschen zu spät Ja, 19 Ha, 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 ha Yes, Bruder Bruder, was ist los? Ha, 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 ha Wieder gewonnen Wie, Alter, wieder gewonnen Das gibt es doch gar nicht Jetzt haut sie Was, schon wieder gewonnen? Ey, das gibt es doch gar nicht Um einen Punkt wieder gewonnen Ha, 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 ha Alter, wie ist das möglich? Ja, immerhin habe ich meine Chips da Das ist ein Mann hier, aber supi Alter, das gibt es doch gar nicht Ja, süß, ne Ha, schon wieder gewonnen 17, komm, nochmal 21 Jetzt habe ich verloren Oh Guck mal, da ist ein Cop Der Cop gerade Oh, geil, ey Wie ich da gerade mit dem Drift durch bin Und der macht gerade ein Kontrollchen da vorne Die überfallen denn da an mir gerade Hat mir gerade die Bank ausgeraubt Voll geiler Scheiß, Bruder Der hat gerade die Bank ausgeraubt Ey, da muss ich dabei sein, Bruder Ich fahr da mal mit Alter, ist das geil Oh, oh, scheiße Das ist nicht Oh, ne, oh, ne Jetzt Ich bin bei der Bande dabei Ich bin nicht dabei bei der Bande dabei Ich bin nicht dabei bei der Bande Ich schwöre Ich bin nicht dabei bei der Bande Ich schwöre Oh, Vector Vector, Alter Alter, ich bin da nicht dabei Alter, schrecklich Alter, ich habe gerade Herzenfack bekommen Da ist ein Radar Ich schaue, dass ich rechts fahre Ha, 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 ha Nichts gezahlt Nicht viel passiert Alles gut Wie, nice Ja, gut D-Sync for life, ne Man kennt das Der hat mir gerade die komplette Ding mitgenommen Habt ihr da mal Bei mir hat er gerade das komplette Garagentor einfach mitgenommen Das ist jetzt weg bei mir Was ist mit dem passiert? Das ist zusammengebrochen da hinten Was Das ist ja hauptsächlich hinten schäden, ne Guten Tag, Herr Polizist Guten Tag Ich hätte gern mein Fahrzeug getunt Kommt ein Polizist rein Ich hätte gern mein Fahrzeug getunt Wie sie ist Meine Stoßstange Meine Stoßstange Ich kann nicht mehr Ja, gut Jмотрпар Bis zum nächsten Mal.